Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie mit Live-Jazz. Mein Name ist Matthias Klaus. Heute präsentieren wir Ihnen die Aufnahme eines Konzertes vom 16. Mai des 12. Brandes Jazzfestes. Heute nicht so die Bärenweitsicht. In der Politik der Melancholie möchte man schwärmen, wenn man in die warmen sanften Klänge von Katrin Scheer und ihrer Band eintaucht. Am 16. Mai 2012 trat sie mit ihrer Band im Collegium Leoninum in Bonn auf und brachte ihr Publikum zum Träumen. Die Linie, Linie ist Linie. Dafür gibt es jetzt den elektronischen Tormesser von der Firma Goalwatch aus, wie heißt, wo war es? Ab heute. Ja, ab heute. Ab heute gibt es eine neue Tortechnik, falls der Ball über der Linie ist, weißt du. Ja, ich weiße. Ja, ich weiße. So. 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 Das ist nicht so schön geworden hier. Wir gehen jetzt mal am Sonntag, gucken vielleicht wir da auch gleich da strack, hier vorne vor der Schreife, eher ohne Hose. Ja. 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 Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Alles Wege Nummer 6. Herzlichen Dank. 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 Herzlichen Dank.